Moin und sehr! Herzlich willkommen zu der neuen Folge von Robby Live zusammen mit Maxify! Ja, die alle Echte Maul, wow. Der irgendwo da links? Ah ja, ich sehe dich! Leute, heute werden wir das geheime Clowns-Auto freischalten, denn hier ganz bei uns in der Nähe ist ein Kindergeburtstag. Und dort kommt man nur rein mit einem Clowns-Kostüm. Und dort gibt es dann angeblich auch das geheime Ding. So, komm mal rein! Ah, hallo Ratto! So, warte, hier vorne? Hier? Oder doch nicht hier? Doch, da vorne, da vorne, da vorne! Wo, wo vorne? Wo vorne? Echt? Bei dem blauen Haus. Ah, stimmt! Ich bin so blind. Ja, also wirklich. Guten Tag, Ma'am! Ich bin ihr hoffentlich zukünftiger Clown! Guck mal hier, weil sie sagt... Hey, was geht ab? Hey! Ähm, der Clown ist nicht für den Geburtstag von meiner Tochter am Start. Ja. Äh, weißt du, wo ich einen Clown finden kann? Genau. Und wir kommen hier nicht rein, solange wir kein Clown sind. Und angeblich da drin ist ein geheimes Auto. So, dazu müssen wir uns in Clowns verwandeln. Das machen wir nicht hier vorne bei der Mall, sondern man muss irgendwie in die City rein. So, Entschuldigung! Oh! Der fliegt nicht mal runter, er ist ein Sheriff. Stimmt! Er ist ein grüner Sheriff. Ja! Alter, die sehen cool aus. Ja. Die sind ein gutes Team. Er hupt ja die ganze Zeit? Ja. Was ist los mit ihm? So, genau. Hier jetzt einmal geradeaus. Und irgendwo in der City, halt die Augen offen, muss auch noch ein Laden sein, der einem Sachen verkauft. Und zwar Kostüme. Ja, hier ist Wobbly Live TV. Es ist so ein kleinerer... Ja, Streetwear Urban Style. So, genau, ja. Ich bin ein Prinzessin-Kleid. Ein Prinzessin-Kleid. Ja! Hier ist das! Ich hab's! Die hat meine Klamotten an, die ich unbedingt möchte! Warte mal, das brauche ich. Zack! Okay. Brauche ich denn auch? Ja, bestimmt. Okay. Hallo? Dann nochmal 60 ausgeben, ja. Und Hosen. Ich hab nicht so viel Geld. Und? Oh, ich hab gerade noch genügend Kohle. Ja, vielleicht reicht das für uns beide. Alter, wie hübsch ich bin. Oh, ja, komm mit, das reicht. Nee, das reicht. Nee, hab ich nicht. Ja, ist egal. Ich bin eine arme Maus. Das sieht zu doof aus. Wir sind zwei. Alter. Hast du Angst vor Clowns? Nein. Okay, warte ab. Hm. Soll ich Angst haben? Weiß ich nicht. Manchmal. So, dann hier längs. Und dann müssen wir einfach nur zurück auf den wundervollen Geburtstag von dieser kleinen Prinzessin. Halt dich fest! Ja! Plonk. Easy. Kein Problem. Für die Clowns-Crew. So, hier vorne. Boah, war gar kein so schlechtes Manöver. So! Man, wir sind da! Ah! Finally! Ein Clown! Ja, fantastisch. Ja, gib einfach rein. Okay. Ich zähl nicht mal als Clown. Das ist doof. Oh! Oh! Guck mal, guck mal. Warte mal. Alle? Oh! Oh! Ich kann es nicht nochmal. Jetzt! Mann, ich kann leider, wenn ich in dieser Kamera bin, kann ich das nicht drücken. Ich würde es ja auch gerne drücken, aber ich habe nicht genug Geld. Wie fehlt das jetzt? Ja, komm rein! Ich kann nicht rein. Kannst du wirklich nicht rein? Nein, ich kann nicht. Okay, das bedeutet, man muss sich das komplette Clowns-Kostüme... Ja, hallo! Hier ist der Clown für euch! Okay, hier. Spritze ich euch nass. Hier ist die Piñata! Alter, guck mal, ich kann die nehmen. Bam! Bam! Ja, was für ein super Geburtstag! Bist du... Ja, ich bin ein echter Clown. Natürlich! Was soll das denn heißen? Natürlich bin ich ein echter Clown. Du Balloon! Ich kann kein Ballon. Hier. Oh. Hier, eine Piñata. Yay! Guck mal, ich habe aufs Poopspray. Ja, do it again! Guck mal, die sind richtig heavy. Ich kann nicht sehen. Alter. Die lieben das Poopspray. It is my birth. Ja, super. Granulation. Warte, ich muss die Piñata, glaube ich, weiterhauen. Oh, die sind... Die sind richtig glücklich. Die sind... Ja. Okay. Bam! Wie lange muss ich denn jetzt hier noch spielen? Kann ich den Vater hier... Oh! Okay, das juckt niemanden. Oh, guck mal hier! Nochmal aufs Pupskissen. Hi, guck mal, ich bin hier mit so einem Pferd. Ja, die Kinder freuen sich. Yay! So, Kinder, ich muss jetzt kurz euer Haus... Ja, hier. Hier ist es. Zack. Äh... Und jetzt mach ich hier... Und jetzt mach ich hier... ...den Knopf. Ist hier jetzt? Hä? Ich dachte, hier bekomme ich das! Au! Warte mal, ich klau das. Bekomme ich dann das Clowns-Auto? Kleiner Prank. Oder muss ich der sein, der es wieder reinpackt? Dann gehe ich wieder hier hin. Und dann... Wartet. Ich hab's gleich. Zack! Alles wieder gut, Kinder! Wuuu! Ähm... Ich muss noch mal kurz gucken. Hä? Ich dachte, ich nehm das raus und dann ist da das Clowns-Car. Er packt's raus. Dann wird's dunkel. Ah, so! Okay, okay, ich hab's verstanden. Okay, Leute, kein Problem. Ihr müsst's rausnehmen. Dann kommt die Frau. Dann macht sie nämlich den Weg frei. Und dann können wir nach oben. Und da ist dann das Clowns-Car. Geil. Sehr gut. So, Ma'am, ich mach wieder rein. Aber... Hab ich denn jetzt die Aufgabe geschafft? Maxify, bist du noch da? Du hast jetzt nicht das Clowns-Auto. Ja. Schade. Ah, warte. Ich steck das hier wieder rein. So. Zack. Ich mach nochmal für euch Pups-Kissen. Wow. Super. Darf ich jetzt gehen? So. Ich bin fertig. Hab ich die Aufgabe jetzt geschafft? Ma'am? Sind sie glücklich? Head inside and get to... Weil ich bin immer noch... Maxify, es tut mir leid. Es kann halt nur jeder... Ja, aber ich frage mich, warum ich die Clowns-Aufgabe hier nicht schaffe. Was muss ich denn alles machen? Muss ich alles machen, was die Kinder wollen? Ich denke schon. Mehr Ballons? Ja, warte. Ich weiß noch nicht, wie mehr Ballons geht. It's my birthday. Ja, super. Toller Geburtstag. Ach so. Do it again. Ja, mach ich. Nochmal hier so ein. Amazing. Ja. Und jetzt? Hab ich noch eine Aufgabe? Nochmal... Wollt ihr nochmal Pups-Kissen? Yay! Und noch ein geiles Geschenk für dich. Woo! Äh, Kindergeburtstag ist ja richtig anstrengend, Mann. Hab ich es jetzt geschafft, Brudi? Habt ihr jetzt noch irgendwas? Hier, du kriegst auch noch ein Geschenk. Guck mal hier, ein Geschenk. Wow, amazing. Guck mal hier, schlag die Piñata kaputt. Do it again. Ja, mach ich doch. Guck mal, da sind Leckereien, die da rausfallen. So. Nochmal. Ja, ich weiß doch, dass das seine Geburtstag ist. Ach komm, Alter. Die gehen mehr. Darf ich jetzt gehen? Wir müssen das Auto holen. Ja, warte. Hier, und jeder hat... Do something funny. Ja, das Pupspray. Mann. Mann, was muss ich denn noch alles machen? Sir, lassen Sie mich gehen. Geben Sie mir mein Geld. Hit the Piñata. Okay, ich hätte jetzt noch mal die Piñata, Alter. So. Bam. Ich schlag die Piñata, Kinder. Alles gut. Weil ich will doch... Ich geh doch jetzt nicht ohne Geld hier raus. Die müssen mir doch... Hallo, ich arbeite hier. Und dann will man ja auch belohnt werden. Do it again. Ja, mach ich. Guck mal, guck mal hier. Wow. Guck mal hier. Super. Zack. Da. Ja, ich hab sie kaputt geschlagen. Okay. Was wollt ihr jetzt? Nochmal ein bisschen Pup? It's my birthday. Ja, ich weiß, dass es dein Geburtstag ist. Aber ich will doch hier. Ich bin jetzt gehen. Maxi Fein, die lassen mich nicht gehen, Mann. Hit the Piñata. Mann, es ist doch keine Piñata mehr da, Kinder. Wollt ihr Kuchen? Hier, dem schmier ich den... Boah, Alter. Ich hab ihm den Kuchen ins Gesicht. Ich denke, das ist enough. Ich hab's geschafft. Ja. Ich hab einen Hut unlockt. Und Geld bekommen. Und die Aufgabe abgeschlossen. Als ob. Let's... Oh Gott, es ist dunkel. Alter, ein Helikopter. Ich leg jetzt vor die Haustür. Tschüss, Maxi Fein. Hä? Nee. Mann, ich hab dich ganz dick gemacht. Ich weine. Nein. Explodiere Haus. Explodiere. Dafür, dass du mich nicht reingelassen hast. Aber warte, ich kann hier vorne das Auto. Wir können ja nach Hause fahren. Ich will meinen Helikopter auf. Mann. Ich hab's so lange gebraucht. Es tut mir leid. Ich muss die ganze Fahrt nicht. Ja, warte. Komm mit, klauen, Maxi Fein. So, guck mal hier. Das neue Clouds-Auto. Tada. Steigt mit ein. Ja, du kannst zwar ein. Ich merk schon, heute ist mein Tag. Heute ist mein Tag. Ich hätt auch gern so ein Auto. Alter, das ist voll cool. Uh, wohne ich hier? Nee. Nee. Wo wohne ich? War dein Haus nicht grün? Nee, blau. Deins ist grün. Ah ja, das hier. Ja. Sehr gut. Komm rein. Ja. Hallo Sally. Hallo. So, dann hier einmal. Hier einmal. Ah, okay. Ich muss kurz. Einmal kacken. Und dann einmal schlafen. Ah, eklig. Ah, ja. Ach, guten Morgen. Ach, ja. Oh, Sally. Sally, bitte hier rein. So, komm mit. Oh, oh, es regnet. Ei, 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 ei. So, Leute. So bekommt ihr ganz einfach das tolle Clowns-Auto in Wobbly Life. Ist überhaupt nicht schwer. Ihr müsst, merkt euch nur, ihr braucht irgendwie mindestens 200 Dollar. Wobbly Life Dollar. Ja, ich bin weg, Maxify. So, Leute. Das war's mit einer kleinen Folge von Wobbly Life. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen kleinen Like da. Schaut unbedingt bei Maxify vorbei, der schon wieder rumholt. Ich weiß nicht, warum. Und habt alle noch einen traumhaften Tag. Danke fürs Zuschauen, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.